So, jetzt geben wir mal dem seine Frucht, die er gerne haben wollte. Freigiebige Menschen sind nett. Sehr nett. Nette Menschen erfahren nette Geschichten. So, wir geben dir... Eine Limetta. Ah, du gibst mir etwas. Du könntest nett sein. Wenn du ein sehr netter Kerl bist, gibst du mir noch etwas. Eine Zitrone. Eins von beiden wollte er haben. Oh, himmlisch. Eine Zitrone. Das Netteste aller netten Dinge. Weil du mir mein Lieblingsobst gebracht hast, ist deine Nettigkeit bewiesen. Und weil du so nett bist, werde ich dir etwas sehr Nettes erzählen. Wo ist Mustafa? Um Mustafa zu finden, geh in den Laden in der Stadt. Kaufst du erst einen Trockenpilz? So, schreib es mir auf. DB für Trockenpilz. Ein Staubhammer. Nein, war ein Scherz, schreib ich mir nicht auf. Du musst sie unbedingt in der richtigen Reihenfolge kaufen. Zuerst den Trockenpilz, dann den Staubhammer. Das ist ein geheimes Zeichen, das nur Leute von Mustafa kennen. Kaufst du diese Dinge in der richtigen Reihenfolge, wird dich der Ladenbesitzer zum Mustafa führen. Aber kauf die Waren ja nicht in der falschen Reihenfolge ein. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben, hast du verstanden? Es reicht. Tja, dann auf Wiedersehen. Viel Glück bei der Suche nach Mustafa, netzer Kerl. Tja, wer ist Mustafa? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass er irgend so eine Limetten-Zitronenfrucht haben wollte. So, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal was lagern. Nein, 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 ich wollte nicht kaufen, verdammt. Äh, lagern will ich. 29 Items kann doch noch lagern. Ah ja. Hm, lagern wir noch das Schäfchen. Ja, lagern wir den Ahornsirup. Nein, das reicht das mal. Aber ich wollte euch ja zeigen, dass hier auch die Waren drin sind. Und, die ich in Toton dort gelagert habe. Das wären hier der Trockenpilz und der Forcht-Tiegel. Wie man sieht. Wackers Kick, Schäfchen und Ahornsirup habe ich hier erst hinzugefügt. So, ich sollte jetzt also einen Trockenpilz kaufen. Ja, gefolgt von einem Staubhammer. Wie? Was? Einen Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen? Ist ein geheimnis Zeichen, dass nur die Freunde von Mustafa kennen. Das heißt, ihr kennt Mustafa. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Ihr möchtet Mustafa treffen? Normalerweise befindet er sich am höchsten Punkt des Staubbrunnen-Vorpostens. Suche einfach den Weg nach oben, mein Freund. Äh, was? Verarsch mich da nicht so. Suche einfach den Weg nach oben. Ja, das ist gut. So, den wollte ich noch haben. So reifer den Weg nach oben. Wozu das ganze Theater, wenn ich nur den Weg nach oben suchen soll? Um das so einfach wäre, müsste ich ja nicht nach links und rechts und oben und unten rennen. Ach, meine Fresse. Willst du schlafen gehen? Nein, mir geht's gut. Oh, meine Sterneenergie, die für sich von alleine blau. Hey, der Typ ist weg. Gehen wir mal hier rein. Und jetzt... Ah, okay. Wo? Wo? Da sind wir doch schon oben. Ging doch einfacher als gedacht. Da ist auch ein Brief. Brief an die reisende Nomadi Maus am Straßenrand. Wusste ich doch da mal irgendwas mit der Maus. Power Carry? Ah ja, ihr habt gerade gesehen. Bei Cooper ist jetzt auch dieses blaue Symbol. Was halt auch beweist, dass er in den Super-Rangen aufgestiegen ist. Ich weiß noch nicht, wen ich dann als nächstes machen werde. Aber jetzt ist erstmal die komische Maus schon da. Grübel, Grübel. Hey netter Kerl, so trifft man sich wieder. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Ich bin derjenige, den du die ganze Zeit übergesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Schiek. Es ist immer schöner, wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich treffe viele Leute, aber du bist mit Abstand der netteste Kerl von allen. Dein Name ist also Mario. Ich hörte, dass du zu den Staub von einem Ruin willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist. Der Herr werde ich das Geheimnis für dich lüften. Die Ruinen sind von großer Bedeutung. Meine Vorfahren bewachten sich seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesorgs nicht von Ihnen fernhalte, was soll es dann tun? Du musst mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Ich überreiche dir dies. Du hast, was hast du erhalten? Pulsjuwel ausgezeichnet. Passiert schneller, wenn man sich den Ruin nähert. Dieses Pulsjuwel ist erschlüsselt in den staubtrocknen Ruin. Ringen in die Wüste. Kommst du in die Nähe in der Ruin, beginnt das Juwel über deinen Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schnell dann blinkt das Juwel. Völk ihn, wohin es sich führt. Finde den Ort an, dem das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu eröffnen. Alles klar. Vermusterverhalten ist mir jetzt keine passende Stimme eingefallen, deswegen habe ich das jetzt mal kurz an so gemacht. Und ich finde, es klang eigentlich ganz gut so. Ich muss mich nicht großartig anstrengen und... Es klang einfach gut, denke ich mir einfach mal so. Für meinen Ohrenklang ist es zumindest so, wie ich gesprochen habe, nicht schlecht. Jetzt haben wir also das Pulsjuwel erhalten. Wovon nochmal die Nomadi Maus, der überreicht mir erstmal den Brief. Und dann schauen wir mal, wann das Juwel anfängt zu blinken. Irgendwo in diese riesigen Wüste. Ah, du scheiß Bandit. Wo sind die Nomadi Maus? Oder doch hier irgendwo. Hey. Was fängt dann zu blinken? Ja, zumindest ist das Zeichen erschienen. Ja, in der Oase war ich schon. Sind Sie nicht Nomadi Maus? Mein Name ist Paracary. Ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment bitte. Brief. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboden ist nie zu Ende. Ein Brief von Mustafa? Ich kenne den Namen aber. Ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Das Reißen der Wüste ist sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf. Ach ja, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Zöger nicht. Nimm es ruhig. Sternsplitter. Ausgezeichnet. Gehen wir mal hier hinter, um zu gucken, ob das Juwel dann ein wenig mehr blinkt. Oh, es fängt dann zu blinken. Na? Komm, blinken ein bisschen schneller. Ja, es blinkt schon schneller. Na komm. Ist das hier richtig? Ja, doch. Ach, Mist, ich wollte doch einen Erstangriff durchführen, ausführen, wie auch immer. So, Erdbeben. Rums. So, dann noch, ähm... Verdammt, was habe ich denn für ein Vieh? Ich habe ja noch Paracarry. Mach mal den hier. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich auf den anderen Sprung wäre, dass ich da ver... Letzte Zeit, verdammt nochmal! Das gibt's doch gar nicht. Erdbeben. Alle weg hier. Ich lege euch alle aufs Kreuz. Naja, einer steht noch. Nicht mehr lange. Sag ich doch. Ähm, kämpfe ich jetzt nochmal? Äh, ja, aber mit einer anderen Figur. Mit Cooper. Wir wollen doch mal gucken, was die neue Attacke so bringt. Wenn sie denn was bringt. Mal schauen. Fähigkeiten, Multi-Rampler paralysiert alle Gegner am Boden. Sure. Also, alles klar. Ähm... Um zu demonstrieren, dass es jetzt 3 KP abzieht. Und du machst einmal. Doppelsprung auf den hier. Sag jetzt nicht, die Angriffe wird verstärkt. Oh, das bringt. Oh, das ist der Mega-Pinger. Alter. Ups, steht 15 KP wieder hin. Mach ich den auch noch? Na komm, mach mal den auch noch. Ja, ist ein Griff erfolgreich. So. Nehmt mal dich nochmal. Multi-Rampler? Na, nicht Multi-Rampler. Hau auf. Hau auf. Ich mache einen Scheiß. Das geht auf keine Kuh, halt. Die Armkühe. Würfe ich das heute noch sagen? So. Artbeben. Das ist vermutlich auch das selten Mal, dass ich das jetzt machen kann. Weil ich keine Blütenpunkte mehr habe. 3 Blütenpunkte. Entweder ich erreiche ja ganz schnell ein Level oder... Ja. Andere Möglichkeiten gibt es beinahe gar nicht mehr. Doch, es blinkt schneller. Lass mich mal anruhen. Hör mal auf, hör mal auf. Hör mal ab. Ist das richtig? Nein, das ist verkehrt. Gut. Nein, 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 nein. Lass mich jetzt doch mal. Ich habe jetzt gerade keine Zeit mit dir zu spielen. Hier? Ja, hier müssen wir hin. Pulsjuwel einsetzen. Jetzt kommt wieder eine sehr schöne Sequenz. Soweit ich weiß, sogar ohne Grafikfehler. Aus dem tiefen Sandes taucht eine riesige Burg. Steigt eine riesige Burg erbrochen. Und für Mario beginnt ein neues Abenteuer. Sobald er sich erholt hat. Bing. Und irgendwo hier abgespeichert hat. Wenn es hier einen Sprecherblock gibt. Aber den muss man auch hier erstmal finden. Tut er aber nicht. Also geht er einfach hinein. In Aladins Wunderhöhle. Ich bin der große, schreckliche Tutankupa. Der unbarmhärtige König der Wüste. Wer wagt es, seinen Fuß in meinen Wüstenpalast zu setzen? Sprich und zeige dich. Verlasse diesen Ort. Sofort. Sonst wird unheilig gefallen. Warum habe ich so komisch gesprochen? Weil jetzt unser Endgegner, weil er hier gequasselt hat. Bin gespannt, ob ich die Stimme nachher nochmal hinkriege. So. Hier werden wieder neue Gegner auf uns stoßen. Deswegen benutze ich gleich Gumbario als Kumpane. So. Tun wir gleich mal Wechselfähigkeiten Scanner einsetzen. Das ist eine Puki-Mummi. Dabei handelt es sich um ausgedruckene Pukis, die jetzt in den Ruinen leben. Maximale KP. Vier Ankunftskraft, zwei Verteidigung, null. Vorsicht, sie haben Schnacheln auf ihren Köpfen. Ich glaube mir, es tut sehr weh, wenn du auf sie springst. Durch die Mumifizierung sind sie auch giftig geworden. Wenn du giftig wirst, fallen deine KP-Ferne gebunden. Ich würde vorschlagen, sie zu besiegen, bevor sie uns vergiften. Ja, dann werden wir das doch mal versuchen. Yardbeben. Sehr gut. Sehr gut. So, du benutzt jetzt einfach mal Hammer. Gegen den hier. Und du wechselst mal gegen Koopa. Trotzdem, trotz war ich an dieser Runde nicht noch mal angreifen, können, aber dennoch. Großartig andere Gegner werden jetzt glaube ich und nicht mehr aufgebaut. Ich habe keine Ahnung. Das wird das Schöne, wenn man ein Let's Play macht. Wenn man nicht mehr so eine Ahnung hat, wie das Spiel nun aufgebaut ist. Erster Griff erfolgreich. So, werde ich noch mal Erdbeben machen. Und dann, ähm, noch mal einen Panzerstoß. Ich habe gerade gesehen, hier drinnen ist ein Ordnen. Den nehmen wir gleich mal mit. Du hast die Stachelschild-Ordnung erhalten. Kein Schaden bei Sprung auf stachlige Gegner. Das ist nun wirklich sehr praktisch. Damit können wir dann auch auf Captain Kirk springen. Stachelschild erfordert zwei. Kann ich was entbehren? Ja, den Powerdots. Ja, den Powerdots kann ich entbehren. Der Stachelschild ist nämlich wesentlich. Besser, damit kann jeder jetzt diese Puckys angreifen. Nein, verdammt. Das ist zum Thema Asangriff. Ah ja. Abweben. Schau meine Blütenpunkte hier aus wie nichts. Ein Powerpanzer. Zurück in die Hölle mit euch. So, fehlen noch zwei Blütenpunkte und die werden wir ganz schnell bekommen. Hoffentlich doch zumindest. So, Entschlüssel haben wir bisher noch nicht gefunden. Daher gehe ich einfach mal hier. Ah, hier ist doch ein Entschlüssel. So, ich würde das jetzt nicht überspringen. Hier sind wieder auch sehr schöne Lichteffekte, wenn man mal auf Mario und Cooper guckt. Da oben, wie sitzt Sand von der Decke? Wie ein Entschlüssel verwendet. So, hier ist ein Schalter. Spielen wir gleich mal drauf. So, jetzt wieselt nicht nur Sand von der Decke. Kommt gleich noch ein bisschen mehr. So, leider können wir hier nicht gleich hinterher springen. Wir müssen den Weg zurück laufen. Denn dadurch, dass jetzt hier alles voller Sand ist, kommen wir durch diese Tür, durch die ich eben durchspringen wollte. Na, du hast meine Warnung ignoriert. Du, na. Vor meinen Legionen wirst du fallen und zu einer Murmier des ewigen Seins werden. Wenn du das sagst, würdest du es nicht sein. Nein, Moment, ich wollte nicht starrdrücken. Ich habe mich überdrückt. Ich wollte Goombario. Na, komm her, Kurze. Na, komm. Komm her. Ho, natürlich. Wer hat nicht damit gerechnet? Scanner. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. KP 3. Angriffskraft 2. Verteidigung 2. Feuerattacken sind gegen diese dicke Kipfe. Nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Boden legst, fällt ihre Verteidigung auf Null. Kipp sie um, Mario. Ich hörte früher, Warnsinn, überall zu finden. Aber jetzt kommen sie nur noch an dunklen Orden vor. Also, dann springen wir mal auf die Fichter. So, mal sehen. Was denn jetzt? Ah, mein Verteidigung wird wieder erhöht. Yeah. Brauche ich nicht mal ausweichen. Das ist... Vagio macht den Heels fertig. Wenn ich das Salmon schaffe, was ich noch geschafft habe... Das weiß ich nicht, wie lange das hält. Das hätte man auf eine Runde. Verdammt. Das ist doof. Obwohl ich nochmal drauf gedrückt habe... Also... Kurz bevor du angreift... Das nicht funktioniert, wie ich das wollte. Naja. Dafür ist jetzt wieder alles aufgefüllt. So, und da ich hier solche großen Probleme mit meinen Blütenpunkten hatte, immer... Ich muss jetzt aber Blütenpunkte. So. Und beim nächsten Mal mache ich wieder Ordenpunkte. Ist das schon mal sicher? Ah ja, genau. Ich muss hier mit, äh... Power Carry drüber. Mein Gott, das wollte ich nicht. Schnapp mich nicht. Äh... Power Carry? Wenn er das schafft. Ja. Und jetzt mit, äh... Bombett... Die Wand wegsprengen. Mal sehen, was hier zu finden ist. Ein weiterer Schalter. Äh, ich geh erstmal unten gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas vergrabe. Wo ich zu vorheilig bin. Ne, ne. Ich muss an den Schlüssel ran. Komm ich nur an, wenn ich das so noch... Ach, Mensch. Ernsthaft, ich verdrück mich ja nur. Immer wenn ich wechseln will, drück ich nach unten. Obwohl ich genau weißes Wechseln rechts sehe. So durften es das mal sein. Was ist denn? Lassen wir nochmal Sand regnen. Und wir haben sogar einen Sternspritter gefunden. Yeah. Was kann ich nicht, wie viele Sternspritter ich jetzt habe. Es sind schon wieder einige. Könnte ich mir eigentlich was Schönes verkaufen. Jetzt muss ich erstmal zurück zum Sternschnitten-Gipfel. Und darauf habe ich... Momentan keine Lust. Aus dem einfachen Grund, wie jeder erkennen kann, werde ich jetzt... Ich habe jetzt gedrückt. Ich habe aber jetzt gedrückt. Sag mal... So, Lüfteangriff. Also ich habe mich mal umgedreht. Mein Gott, ich drücke doch. Das gibt es gar nicht. Das bringt nichts. Ich muss es rummachen. Komm, jetzt aber. Na also. Ach, vier Sternpunkte. Was ist hier drin? Ah, der ist mal wieder wechseln hier. Super. Das sind kein Lichter schmetternd. Ich hoffe mal, ich bekomme ja dann auch irgendwie einen ordentlichen Hammer. Äh, ich wüsste sonst nicht... Nicht weiterkommen. Mannshaft. Damit. So. Und hier wieder irgendwo so ein Puck hier raus. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe die Säge geöffnet. Wow. Ich bin so intelligent. Ich bin so intelligent. waiting. Oh.